Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von Minecraft Survive und wir sind hier in der neuen Welt, weil ja, letzte Folge leider ein kleines Unglück, ähm, äh, war. Äh, Bucklegan, bitte lefte kurz, ähm, du kannst gleich wiederkommen, aber ich muss kurz eine Folge Survive aufnehmen, also bitte lefte kurz. Ähm, ja, Leute. Ja, bitte left kurz, Bucklegan. Left, bitte. Danke. Ja, es war sehr traurig, was passiert ist. Schuligiste haben mir erst jetzt gerade passiert, äh, erzählt, nicht passiert, erzählt, was passiert ist. Und zwar, ihm hat ein Gast verfolgt und der wollte einen Jump machen, er hat aber nicht gesehen, dass ein Fünferjump war und meine Kamera sagt wieder mal richtig herum. Er hat halt nicht gesehen, dass ein Fünferjump war und dann hat er den Sprung halt nicht geschafft. Ja. Ist scheiße. Oh ja. Wir sind auf jeden Fall. Also diese Welt habe ich bis jetzt ein bisschen gesehen, nur, nur ein ganz bisschen. Oh, hier sind ins Hexenhaus. Okay, so schlecht fängt es jetzt nicht an, aber was ich gesehen habe, war die Wellen einfach ultra langweilig. Okay, hier kann ich mir schon mal ein Bett croften, weil ich schon mal meine Lieblingsblume habe. Bucklegan, bitte lefte. Ich muss 15 Minuten Aufnahme machen, hallo. Ja, ich gehe, Bucklegan, ich gehe gleich raus und dann mache ich ein UOC-Folge. Also, bitte Bucklegan, geh raus. Wenn du rein kannst, dann, keine Ahnung, dann sage ich es dir, wollte ich gerade sagen, aber er ist ja draußen. Mann, stirbt scharf, danke. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ey, diese Bugs ist... Ja, ja, weiß ich schon. Schwul ist, ich bin kein Noob, Alter. Ey, diese Bugs hier in der neuen Welt, dass die Seros nehmen, abgebaut sind. Das facken mich richtig ab. Alter, ich hatte in der letzten Welt schon 30 Steaks, Digga. Tusch. Ich weiß auch gar nicht, gar nicht, wo du bist. Aber hier. Keine Ahnung, wo du sein könntest. Und Leute, ganz schlimme Nachrichten. Mein iPad ist kaputt. Und jetzt sind alle meine Soundbuttons weg. Und meine ganze Playlist weg. Ja, nice, Leute, ich weiß. Wie so ein Lama. Alter, die Welt ist so langweilig. Ich hoffe, wir schaffen es nicht in der Welt. Die Welt ist die Folge, weil wir so schön. Mann. Ernsthaft? Ja, moin. Direkt wieder auf der Krattenhäuser. Stirb. Stirb. Danke. Ich will mal kurz meine Items. Das ist sehr traurig mit der letzten Welt. Einfach nur. Dafür könnte ich jetzt noch... Aaaaaach! Was in meine Items? Hello. Oh Was gibt es spult ist erst mal ab weiter muss ich meine Items Nämlich egal ich habe wollen Ja man Ja wo sind jetzt wirklich Auf jeden fall eine richtig produktive folge mein kopf survive Merkt man ja in der tat in der tat Jawohl jetzt möchte ich einen kiesblock und dann bekomme ich mit einem kiesblock Und scheiß feuer stein diese welt mag ich jetzt schon nicht mehr Ja dass ich mich hoch bauen kann Zu meinen Items Diese Schnee ist wirklich nervig Oh scheiße ich möchte nicht schon wieder wie ein schwul aus meiner Karte verlieren Alter bin ich hier lang gelaufen hier so und hier bin ich dann runter gesprungen glaube ich hoffe ich denke ich Ja ich habe das Gefühl irgendjemand hat meine Items gefressen Nein die sind die weg Ja nein meine Items sind weg Nice Fangen wir schon mal richtig gut an Oh diese Warum sind die lieber aus von Müll-Luftekarte Geil ich habe keine Karte mehr ich habe nur noch ein Wolle Nice Ja also ich habe jetzt meine krassesten OP-Items sind zwar eine Wolle Die Welt ist so hässlich So langsam wird das Projekt ein bisschen anstrengend Bei der ersten Welt bei der ersten Welt hat ich richtig bock Bei der zweiten Welt hatte ich richtig bock Bei der dritten Welt hatte ich gar keinen bock Also habe ich gar keinen bock Fack mich jetzt schon mal ab Ich habe halt das Gefühl Ich habe halt das Gefühl dass ich bald wieder sterben werde Alter was machst du es leckt Ja der ganze Servicegrad fast abgeschmiert Alter Die schwule Kiste macht den größten Glitch der Welt Alter Er tötet Schweine Wenn meine Viewcrash gleich Digga Alter krass Kann ich mich noch erinnern Das waren noch schöne Zeiten In der alten Welt Überall Das war noch Zeiten Damals Wie muss ich laufen Achso scheiße Ist auch deaktiviert Also beschweren kann man sich darüber eigentlich ein weniger Ja ich wohne auf jeden Fall Also wir wohnen auf jeden Fall im Dschungel Weil sonst Ja Weil ich sag Ich liebe im Dschungel Ja das ist ein bisschen nervig Aber ist okay Also mir ist das egal Ja wenn wir keinen anderen schönen Ort finden Dann müssen wir im Dschungel bauen Sonst ist alles langweilig Ja aber Dschungel ist fein Ja aber Dschungel ist fein Ja aber Dschungel ist fein Ja das ist auch nicht immer Das ist auch nicht immer Ja Alter Alter Please Ich muss auch irgendwas geben Guck mal Leute Ich bin in der Atlantik Hier sind Fische Oh lecker geil Oh ja 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 komm droppen Ja geiler Fisch Alter geil Ja komm Ja guckt Dschungel ist super alter Dschungel ist super Hier ist schon fünfmal über die Map gelaufen Ich finde hier gar nichts Gar nichts wo ich mein Haus bauen kann Wie unser Haus bauen könnten Ich dachte mir bin bei fünf Minuten Ich dachte mir bei fünf Minuten dass ich eine neue Welt nehme und die Aufnahme abbreche aber bei zehn Minuten geht es leider nicht mehr Dann werden wir auf jeden Fall richtig viel Spaß haben in der Welt Das sehe ich jetzt schon Zum Start Zum Start Ja genau Ja auch Ja auch Ja auch Ja auch Und die Schildkröte macht so Ja Ja ich bin auch im Tummel Ja geil Ja Melonen Alter geil Geil Überall Melonen Geil 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 Ach scheiße Leute demnächst wird es auf jeden Fall noch mehr von UHC geben Auf jeden Fall Alter Ähm Dschungel ist gar nicht so mit Ähm Ach du Scheiße Ja okay ich wohne hier es gibt keinen schönen Ort Hier Hier ist schön Ich wohne nicht im Dschungel Ich wohne Oh Bruder Hallo Wie geht es dir Ne guck mal hier ist schön wo ich gerade bin Das weißt du alleine nicht Aber hier ist so eine kleine Bucht Das Hier ist schön Hier ist schön Hier bauen wir unser Haus Ah Hey really Ah Meine Fresse Ah Meine Fresse Ich glaube die Welt mag uns einfach nicht Und Leute wisst ihr was Weil jetzt haben wir sowieso keine Chance mehr dass irgend das in der Welt machen Und ähm ja Ich seh es ja gerade was ich hier schönes mache Ähm tut mir auf jeden Fall leid dass die Folge so dumm geworden ist Das ist langweilig Tut mir leid Aber ja 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 Leute Und ähm Guckt euch noch einmal die Welt an Ähm ja Wir sehen uns in der nächsten Welt wieder Und Ciao 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 Ciao